Hallo YouTube und herzlich willkommen bei den scheiß Tore... Herzlich willkommen bei... was? Was? Wir spielen Worms. Revolution. Nein, bei mir in Steam steht immer noch, ich spiele Space War. Schnauze. Ja, gut. Hallo YouTube, ich bin der Tourette Gamer. Hallo. Du bist so ein Idiot. Hallo YouTube, ich bin der Tourette Cousin. Ja, geht das nicht noch langsamer? Meine Fresse, ich starte das Spiel. Was ist das? Kartengenerator. Geil. Warte, 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 warte. Ich mach... Was machst du denn? Das ist geil. Ich suche uns eine Karte aus, die gut ist. Warte. Nee, die gefällt mir nicht. Kannst du da auch Variablen reinsetzen? Äh, ich kann da Wasser machen und so einen Scheiß. Kannst du Zahlen machen? Zahlen eingeben? Wieso? Für Map-Varianten. Nee. Ja, ich hab nämlich bei vielen Spielen, hab ich mit meinem Geburtsdatum immer, wenn du Maps erstellst, hab ich sehr viel Glück. Okay. Das sind immer schöne Maps. So, willkommen am Strand. Ja, willkommen. Das ist so eine richtig Abfack-Map. Das ist so eine richtig Abfack-Map. Ja, ist klar. Guck mal, die beiden Würmer unten rechts. Wo? Unten rechts. Wo? Ich mag dich. Ich mag dich. Okay. Wo ist denn da jetzt die Schwierigkeitsanlass? Siehst du das nicht in der Waffenauswahl? Nee. Nee? Nee. Ein bisschen mehr als blind. Ja. Ich bin auch ein bisschen fett. Esst zu viel Popcorn. Was ist denn los? Ja, ich bin gerade am überlegen, was ich für Waffen nehme. Was ist denn das? Was ist die alte Oma? Nee, bitte nicht. Baa, die hat gefummt. Hahahaha! What the fuck? Alter, die Futscher der alten Oma gehen ja mal richtig ab, ey. Selbstmord. Die alte Oma hat dich gekillt. Pass auf, wenn sie die alte Oma einsetzt. Ja. Komm, süße, ich stelle mich auf deinen Kopf, ja? So. Okay. Aber gleich kommt sowieso noch was Besseres. Oh, wir haben ja gar nicht viele Waffen. Ach nee! Ach nee! Ja, wusste ich das? Dass das irgendwie hier drauf Einfluss nimmt? Willst du mich jetzt verarschen? Ich hab dir das eben gesagt! Au! Shit! Aber jetzt hast du sowieso ein ganz anderes Problem! Was? Ich stehe auf dem Kopf von... Warum? Dass Angela Merkel auf dem Kopf von Obama Negakönig steht? Das ist das Problem! Was ist los? Vier Runden noch! In vier Runden wirst du dir wünschen, nie geboren worden zu sein! Ich hab mal eben diese komische hässliche Bastard-Gemeinschaft da aufgelöst! Du warst fürchterlich! Aber ich komm, ich steh auf dem! Guck mal, der kommt schon wieder zu mir! Oh, Obama! Du Negakönig! Was sind die Heilige Handgranate? Hab ich nicht! Drei Runden erst, okay! Verstehe! Verstehe! Die willst du auch nicht benutzen, glaub mir! Ja doch! Ich muss nur grad mal ein bisschen ausrechnen, wie viel Power ich brauche! Ich will noch den Esel! Kennst du den Esel noch? Oh! Ah, leck mich! Die ist... Was für ein Esel? Erzähl! Kennst du den Esel nicht mehr? Nee, nicht mehr so! Da sind 1000 Pfund Esel da! Hab ich nicht mehr im Kopf, nee! Was war das? Was hat der getan? Der war lieb! In welchem Spiel? Worms World Party! Achso! Haben wir das nicht mal Silvester gespielt? Ja! Nee, wirklich jetzt? Ja, das war so eine Superwaffe! Scheiße, ja! Worms ist ein richtiges Silvester-Spiel! Ja! Ja! Da knallt sowieso den ganzen Tag! Genau! Kannst du richtig aufdrehen! Und Metal-Hörn dabei! Mich würde jetzt mal interessieren, ob du in dem einen Wasser, was in der Karte verstreutest, auch ertrinkst! Kannst du nicht sagen! Ich weiß gerade nicht, was ich hier tun soll! Ich kann mich teleportieren, gar nichts dergleichen! Ja, du wolltest den Schwierigkeitsgrad! Hm! ARK! Das wird ein Endloss-Spiel! Ich weiß doch nicht, wie man so vernünftig hoch springt! Wie geht das jetzt? Keine Ahnung! Weil manchmal macht der Wurm das, manchmal macht er das nicht! Ich hole mir kurz was zu trinken! Ja! Ich springe hier durch die Gegend! Hüpfe hier! Hüpfe hier! Ja, liebe Zuschauer, er ist weg! Dann kann ich hier endlich mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern! Es ist nämlich so! Der Tourette-Cousin... Sag mal, haben wir YouTube eigentlich schon gesagt, dass ich auf der Arbeit voll der Drogenabhängige bin? Nee, haben wir nicht! Das kannst du YouTube erzählen, wenn du das möchtest! Ja, ich hab auch für die Arbeit, hab ich so komische Tabletten, die putschen einen voll auf! Ich probier jetzt aus, ob man hier ertrinkt! Hier ertrinkt man nicht! Das ist ja wieder unglaublich! Was? Hier ertrinkt man nicht! Warum das denn? Hm! Ähm, welche Tabletten meinst du? Meinst du die mit dem Daru-Ber drauf, oder was? Nein, nein, nein! Gut! Weil die sind illegal! Nur so als Hinweis! Aber wenn man als Drogendealer arbeitet, ist klar, dass man... Ja, ja! Ja, genau! Leider Gottes! Ja, wir müssen auch ein paar Gerüchte streuen für deine nächste überkommende Community! Hater-Community von, äh, Kanox! Ja, ich mein, jetzt wo der Drachenlord nicht mehr existiert, muss ich ja dem seine Erbschaft weiterführen! Oder du als Alkohol-Lord! Ja, nee, du wolltest ja dir es nicht weiterführen! Ich hab dich ja aufnehmen wollen, aber du wolltest ja nicht! Nee, es gibt ja schon einen! Dich, den Alkohol-Lord! Ja, eigentlich schon! Ja, was ist das? Das ist ein falsches! Das brauch ich nicht! Hm! Ich find, die Strecke ist ein bisschen zu kurz, die der hier zurücklegt! Findest du? Ja! Kann das sein, dass diese Seifenblase, die du hier die ganze Zeit rumfliegen siehst, ähm, dir Schaden zufügt, wenn du dich da drin befinden solltest? Theoretisch? Praktisch? Irgendwie? So? Nicht? Doch! Nee, ich glaub nicht! Na komm! Alles Gute kommt von oben, Obama! Ne? Das weißt du ja zu gut! Was? Hast du denn mit dem Helm aufgezogen? Ach, du bist behindert, wirklich! Wirklich doof bist du! Hm? Hm? Ja, das ist Reneid! Hey! Ja, toll! Pass auf! Kmal weg! Tschüss! Ja! Das war wieder mal so ein typisches Zeichen von Grenzdivilität! Du bist einfach zu blöd, um das Spiel zu spielen, richtig! Moment, wer hat denn die letzten Spiele gewonnen? Ach, leck mich doch! Wer hat 3 zu 1 gewonnen? Ach, komm jetzt hier! Leck mich doch drauf! Was? Was geht nach hinten los? Was? Doch, okay! Tot! Hm! Sieht gut aus, für mich! Also, noch bin ich hier ziemlich gut, liebe Leute auf YouTube! Ihr drückt mir hoffentlich die Daumen und äh... Mal schauen! Was geht mit der Ente ab? Ja... Hm... Sehr interessant, wie du wieder hier dein Video vertonst! Ja, ich vertone mein Video immer gut! Halt doch einfach die Fresse, du Spasti! Ja, so macht man das aber nicht! Man soll's schon... Oh, ich hab mich verdrückt! Lol... Normalerweise geht die kaputt? Ja, ich weiß auch nicht! Also, ich bin's von früher gewohnt, dass es kaputt geht! Ja... Das Spiel hat sich ein bisschen verändert im Laufe der Zeit! Ja, die Frage ist jetzt... Ah, Moment, ich hab hier oben noch was! Richtig, die Frage ist, Marcel... Kann man Worms 1, das erste Worms, irgendwie übers Internet spielen, oder nicht? Bestimmt, oder? Ja, ich denke auch! Irgendwie sollte das gehen! Über Hamachi vielleicht! Hamachi-Server einrichten und... Fummeln und... Ja, fummeln! Klar! Ja, wir fummeln an Pferden rum! Ich muss mal irgendwas testen, okay? Ja! Oh, falsch! Das war wohl nichts! Scheiße! Wo ist denn Wurm hin? Oh, fuck! Ja, es sah ganz gut für dich aus, ne? Es sah gut für mich aus! Es ist aber leider schon wieder vorbei! Wie immer! Aber... Es ist ja wirklich so, dass ich auf meinem Kanal kaum mal ein Spiel hab, wo ich mich total episch fähle! Ich hab einfach das im Blut, bei Spielen zu verlieren! Ja, das sind deine Gene! Du bist halt ein geborener Verlierer! Mhm! Da könntest du recht haben, aber... Ah! Nee, oder? Marcel, es ist einfach in meinem Blut drin! Es ist so! Ich habe gerade wieder Space gedrückt, weil ich springen wollte! Weil das bei dem ersten und dem... anderen Worms, was ich gespielt habe, damals immer so war! Verstehst du? Das geht gar nicht! Ich muss die Tastatur umstellen! Space ist springen! Das war bei Worms so! Oh Gott, ey! Jetzt erzähl ich da überhaupt hier! Meier Arsch, ey! Tss! Heilige Granate! Ja! Ja, ja! Geil! Geil! Wie diese Musik, weißt du das? Als gottesfürchtiger Mensch! Natürlich! Bist du nicht gläubig? Nein! Warum nicht? Weil ich der gottverdammte Antichrist bin! Nee! Das kann ich nicht schon überhaupt nicht! Ich scheiße auf die Kirche, ihren Papst und seinen Segen! Ich brauche ihn nicht als Krücke! Ich kann alleine leben! Falls du das nicht kannst! Ja, falls du ihn brauchst! Dann werde mit ihm glücklich! Doch trainier nicht deinen Glauben auf! Und wer hat diese weisen, wahren Worte gesprochen? Weiß ich doch nicht! Das waren die bösen Onkels! Na, siehste mal, so'n Scheiß höre ich auch nicht! Was denn? Jetzt da hoch, ey! Tut mir leid, Simon! Also, das werde ich auf jeden Fall für mein Intro-Video nutzen! Nein! Doch! Das ist auch voll toll, wirklich! Ich wollte einfach da hoch, egal! Neck mich doch! Blödes Arschloch! Voll intelligent! A la Homer Simpson! Immer wieder mit dem Kopf gegen die Wand laufen! Irgendwann wird die Wand schon nachgehen! Ja, ja! Mach das nochmal! Die Geräusche sind so geil! Ja! 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 Sieht aus wie der Penis vom Drachenlord! Hey! Jetzt sei nicht so unfreundlich zu dem Drachenlord! Was? Doch, man! Der hat hier nichts getan! Ich weiß! Das ist ja auch noch Spaß! Das ist ja auch nur Satire! Der hat ja auch nur einen Satire-Channel! Die meisten Leute schaffen es einfach nicht, dass... Hast du das Handy gesehen? Ja! Du hast dich im Wasser bewegt! Ja! Kommt ein Anruf rein! Ding-ling! Das ist der Drachenlord! Das ist der Drachenlord! Anzeige ist raus! Ja, ja, ja! Wir müssen auf jeden Fall auf Twitter unser Worms-Let's-Play hier! Da müssen wir auf jeden Fall da irgendwie beim Drachenlord posten! Hier kriegen wir bestimmt wieder drei Klicks mehr für durch! Weil... Er ist so bekannt! Das ist der YouTube-Star von morgen! So! Okay! Holy fucking Grenade! Grenade! Mal eben abstecken! Ist nicht dein Ernst! Voll gut im Schießen und so! Ist nicht dein Ernst! Ja doch! Klar! Sicher! Die beste Waffe im Spiel! Einfach mal verspendet! Ey! Ich bin echt... Ich bin durch! Der Esel ist die beste Waffe im Spiel! Ach komm! Deine Mutter ist die beste Waffe im Spiel! Entschuldigung! Ey! Geil! Das ist gut! Das ist gut! Gib mir ne Vorlage! Um dich zu töten! Das hab ich nicht wirklich getan! Das hast du getan! Ich war's nicht! Doch wohl! Ich habe deinen Wurm beeinflusst! Echt? Das macht meine Gedanken! Spüre die Macht, Luke! Ich hab's kommen sehen! Nein! 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 Ja, es ist halt so, wie es ist. Komm, spring, Drache, spring! Nee, ich begehe keinen Selbstmord. So. Ist nicht dein Ernst? Doch. Das bringt hier gar nichts. Ein Jetpack, was will ich damit? Och, Mann. Ich dachte, jetzt ist da so ein Item drin, zum Beispiel. Keine Ahnung. Das sind Werkzeugkisten. Irgendwas Wichtiges halt. Das sind Werkzeugkisten. Irgendwas Matchmaking, Breaking. Damit ich direkt einen Wurm von dir instant töten kann oder so. Ach, nee. So, was hast du vor? Höh? Du bist dumme Geräusch, ey. Klatsch. Und weg. Super. Aber fällt dir was auf, ich krieg die Sprünge immer hin. Ja, aber es ist automatisch bei dir. Ja. Nee, sag mal, wie geht das? Ich modde. Nee, sag mal, bitte. Nee, sag mal, wie geht das? Ich bin Mordler. Nee, sag mal, bitte, wie das geht. Sag mal, bitte, wie das geht. Ja, bitte. Hahaha. Träum weiter. Hahaha. Ist das da gerade dein Ernst? Hahaha. Hör mal, du verschwendest die Zeit von unseren Zuschauern. Ist mir doch egal. Wenn die zugucken wollen, wäre es schuld. Ich will wissen, wie der Sprung geht. Da. Da. Ey, ich bin klug, Junge. Ich hab's gecheckt. Und das mit meinen 38,735 tausend Jahren. So. Wie geht das denn? Nein. Hat nicht geklappt. Heiß. 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 Scheiß. Scheiß. Was soll das denn jetzt? Ach, fick dich. Scheiß. Ja, sicher, klar, sicher. Metal, Leute. Och, komm, doch, ich mach jetzt Schluss. Der Drachen, Leute. Wollt doch einen langen Part haben, kriegt er nicht. Ich mach jetzt Schluss so. Der Part ist jetzt zu Ende. Man sieht sich, YouTube. Wir sehen uns, Metal, Leute. Servus und auf Wiedersehen. Ich dachte jetzt.